Jürgen Braxis, wer hat hier abonnieren und nur mal hinten geschrieben an meinem PC? Hä? War das vielleicht ein Zuschauer, der gerade abonniert hat? Falls du es warst, schreib es mir unten in die Kommentare. So, mit Beute, meine Kleine, was ist das? Willkommen zu allen neuen Videos auf dem Kanal, Leute. Heute machen wir was richtig Geiles, denn heute zeichnen wir unser Loot im Battle Royale, meine Damen und Herren. Und heute mein Kontrahent ist die einzigste Ware und die einzige und die einzigste Banane Braxis. Okay, meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, wir starten direkt rein. Braxis, bist du bereit? Und beziehungsweise, du kennst ja die Regeln nicht, stimmt's? Äh, erklär mal. Der Erklärungspart kommt jetzt. Abonniert meinen Kanal, weil sonst verprügelt mein Drucker euch. Lucky, kein Hund, ich stecke euch. Willkommen zu der Erklärung von Wir malen unseren Loot in Fortnite. Eigentlich ist es selbst erklärt, wir malen unseren Loot in Fortnite, der andere muss es erraten. Und wenn er es erraten hat, dürfen wir mit diesen Waffen im Battle Royale spielen. Viel Spaß beim Video, let's go. Okay, Braxis, jetzt hast du es ja verstanden, durch den Erklärungspart. Ich würde mal sagen, bist du bereit? Der Timer läuft in 3, 2, 1. Los, und ich müde mich. Ich müde mich, ciao. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Pumpgun. Äh, wir nehmen am besten... Nee, SMG, SMG, SMG. SMG, SMG wichtiger. Wie mal halten wir die, Digga? So, so, und dann kommen diese Griffe. Oh mein Gott, ich bin der wildeste Hase. Dann kommt hier das hier. Zack. Und dann hier so zu. Bruder. Bro, wenn das nicht aussieht wie die heftigste SMG der Welt, dann weiß ich auch nicht. Okay, und dann hier so kreis. Bro, das ist eine SMG. Wer das nicht sieht, ist echt blind, sag ich sicherlich. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil bei der letzten Folge, falls du die nicht gesehen hast, check die auf jeden Fall unbedingt nochmal ab. Bevor du das Video anguckst, hatte ich nicht so viel Zeit. Und ich labere viel zu viel schon wieder. So Leute, als erstes, ich will nicht unfair sein. Wir geben dem süßen Odomann eine Pumpgun. Wartet mal. So. Ich hoffe, er erkennt, dass das eine Pumpgun ist. So, dann wechseln wir die Farbe in Braun, weil die Pumpgun hat ja hier so einen Griff. Ich glaube, das erkennt er sofort. So. Und natürlich ein paar Rillen. Boah, ich bin Picasso. Picasso. So, dann nehmen wir wieder schwarz. Gehen hier rein. Bisschen nach unten. So. Dann kommt der Griff. Und dann der Kreis. Und dann so. Die erste Waffe für Odomann ist eine Pumpgun, Leute. Ich hoffe, er kommt damit klar. Okay, wir brauchen auf jeden Fall, ich sage euch ehrlich, Freunde, wir wollen ein Medaillon. Und zwar landen wir direkt bei einem Medaillon. Ich will ein Medaillon haben. Und zwar sieht das dann so aus. Zack, zack, zack. Und hier. Zack, zack, zack. Ich glaube, das sieht gut aus. So. Okay, zack. Dann würde ich sagen, gebe ich ihm noch die gelbe Pistol, die Ranger Pistol. Die ist ganz einfach zu zeichnen. Die ist ganz einfach zu zeichnen. So. 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 Hier hoch. Dann geht das hier so runter. Dann haben wir hier. Aber wir müssen jetzt die Farbe gelb benutzen. Weil die Ranger Pistol ist ja gelb. Bis nach hinten. Dann geht sie hier so nach unten. Und dann brauchen wir wieder die Farbe schwarz. Denn dann geht sie hier weiter mit der Ranger Pistol. Natürlich hier. Zack. Einen Griff. Damit er schießen kann. Wenn ich mich nicht irre, war der Griff sogar gelb. Wenn der Griff gelb war, schreibt es mir mal in die Kommentare. Das wissen wirklich nur OGs. So. Dann hier oben war so ein gelber Kreis. Das sieht so komisch aus. Okay. Und dann geht das hier so nach unten. Zack. Und auch hier was Graues. So. Das ist die Ranger Pistol. Ich sage es, wie es ist. Das muss die Ranger. Also wenn er das nicht erkennt, dann weiß ich auch nicht, was mit Odoman los ist. Dann will ich noch diese neue Flasche haben, Freunde. Und die sieht irgendwie so aus. Zack. Und dann ist es so geschnörkelt. Wisst ihr, wie ich meine? Boah, Digga. Ich bin Künstler. Nenn mich Odoschnanz. Odorans. Zack. Und hier ist so der Stopfen. Wisst ihr, wie ich meine? So. Okay. Dann geben wir ihm noch ein Mini. Weil wir nicht unfair sein wollen. So. Mini ganz klar natürlich. Hier. Zack. Ein Mini kriegt er von uns. Aber nur ein. Nicht zwei. Nicht drei. Nicht vier. Wirklich nur ein Mini. Wir haben das. Wir haben das. Okay. Wir brauchen eine Pumpgun. 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 Welche nehmen wir? Welche nehmen wir? Die schnell schießt. Okay. Lass die nehmen. Boah, die wird jetzt schwer zu malen. Aber die ist eigentlich. Wobei. Einfach easy. Zack. Guck mal. Eigentlich machen wir nur einen Kasten. Dann nur noch so einen Griff. Nee, halt. Dann so einen Griff. Dann geht der so nach oben, Leute. Und dann hier hoch. Und dann ist hier das Magazin. Und hier der Henkel. Sieht irgendwie komisch aus, Digga. Sag ich euch ehrlich. Das sieht ein bisschen komisch aus. Oh mein Gott. Das sieht aus wie die SMG. Oh mein Gott. Er wird niemals herausfinden, dass es die Pumpgun ist. Und zu guter Letzt will ich noch, dass er diese neuen Spideys bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Oh, wie hießen die? Grabble Blades. Ihr kennt doch bestimmt die Grabble Blades, ne? Das will ich, dass er das auch hat. Dann brauchen wir erstmal hier so ein Schwert. So. Und dann geht das hier so runter. Und dann geht das hier so hoch. Dann hat das hier so einen Griff. Dann geht das so. Die Spitze so. So. Dann geht das wieder rein. So. Perfekt. Also wenn das nicht aussieht wie diese Grabble Blades, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich mach sogar Farbe für ihn. Dass er das checkt, dass das diese Grabble Blades sind. Dann nehmen wir die Farbe hier einmal und hier einmal. Und der Grabble Blades hat sogar noch Rillen. Damit er checkt, dass das ein Blade ist hier. Zack. Zack. Aha. Fertig. Ja. Oh mein Gott. Okay, wie viel haben wir noch? Eine Minute noch. Eine Minute noch. Sniper. Sniper. Sniper wichtig. Sniper, ihr wisst. Sniper. Ne, warte. Wir nehmen diesmal eine AR mit. Wir nehmen eine AR mit. Zack. Oh mein Gott. Ich habe so schlecht gezeichnet, Leute. Ich habe die AR so schlecht gezeichnet. Oh mein Gott. 30 Sekunden. Ich muss mich beeilen. Wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5 Items. Ich nehme noch einfach mal zur Sicherheit noch mal Minis mit. Einfach zur Sicherheit. Nein, das wird dann niemals checken, dass das Minis sind. Oh nein, was habe ich da gemacht, Bruder? Und noch 10 Sekunden, Leute. 10 Sekunden, Sniper. Oh, die Zeit ist um, meine Damen und Herren. Ich muss schnell zu Brex. Brekkis. Aha, fertig. Fertig, Abi. Fertig. Okay, ich sage dir ehrlich, ich habe ein bisschen zu viel gemalt. Ich streiche mal die zwei Sachen raus. Okay, Freunde, das zählt nicht mehr, weil wir müssen nur 5 Items malen. Okay, Brex. Ja. Are you ready? Ich bin ready. Okay. Dann würde ich mal sagen, zeig mir auf Discord dein gemaltes, Bruder. Und ich muss deins erzählen. Ehrlich, Claudio Picasso. Die Zuschauer müssen aber mitraten. Claudio Picasso? Gibt es denn überhaupt? Oder der heißt doch Rafael Ronaldo, oder nicht? Ja, Messi, Digga. Letztes. Okay, Freunde, wir gucken rein. Oh mein Gott, was hast du gemalt? Ja, hä? Bro, ich habe mir richtig Mühe gegeben mit Farbe und so. Was ist das denn für ein Scheiß, Digga? Okay, wir fangen an ganz oben, Brex, okay? Ja. Das ist eine Shootgun. Ja, das ist eine Shotgun, richtig. Okay. Okay, dann da ist links. Worum steht da eine 1? Ja, soll ich dir sagen? Nein, 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 nein. Okay. Okay, ein Mini ist das. Ja, du darfst nur ein Mini benutzen. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, nicht sechs, ein. Du hast aber deinen eigenen Loot gemalt, du Opfer. Ja, ich, sag ich ja. Okay. Hä, warum? Das war übel dumm. Nein, du malst deinen Loot, du Opfer. Aber wir können auch tauschen, Bruder. Ich dachte, wir machen eine Special-Runde, dann du kriegst deinen Loot. Ja, okay, okay. Okay, dann kriege ich Brex, jetzt deinen Loot. Also, beziehungsweise was er gezeichnet hat. Also, das ist aber easy. Also, Pumpgun, Mini, dann diese Klingenmesser. Das heißt so, Klingenmesser. Ja, ja, ist okay. Und was ist das, Bruder? Ich habe mir hier am meisten Mühe gegeben. Bro, guck mal, er hat hier oben, guck mal, rechts oben, siehst du das? Das ist einfach eine Nase. Was ist das? Das ist die Mündung, das ist der Lauf. Warte mal, warte mal, lass mich mal kurz gucken, Digga. Pistole oder... SMG ist es nicht, es ist eine Pistole, Bro, hundert Prozent. Ist es die Pistole? Richtig, das ist die Ranger-Pistole. Ehrenlos. Ja, voll gut, Alter. Ehrenlos. Du hast mich ehrenlos, Digga. Ich hätte dir so schlechten Loot gegeben, weißt du das eigentlich? Okay, wir kommen zu meinen Brex. Muss ich dem... Also, ganz kurz, ich sag dir, ja. Guck mal, diese zwei Waffen hier, ich hatte noch Zeit, hab die dazu gemalt. Die zählen nicht, weil wir schon fünf Items haben, ja. Okay. Also, die zählen nicht. Aber, warte, ich will wissen, was du hier geratet hättest. Hier, bei den zwei Items, ja. Was ist das hier? Das ist ein Mini. Okay, richtig. Und das hier? Das ist ein Scope. Ja. Auf einer Pump. Okay, falsch, das ist ein Sniper. Okay, also, das zählt nicht mit rein. Wir fangen an hier oben. Was ist das, Bruder? Das ist die taktische MP mit einem Burstfire. War... Nein, ist falsch. Wieso? Dann nur die MP. Ja, ist die MP. Ist die MP. Ja, ja, okay. Ist die MP. Check, okay. Digga, jetzt kriegt er meinen Loot, was ich eigentlich wollte. Was ist das hier, Brex? Ich glaube, Bruder, das ist Medallin. Medallin? Was ist das? Medallon. Medallon. Medallon, Digga. Medallon. Medallon. Okay, das ist ein Medallon. Droppen, Digga. Medallon. Was ist das hier, Bruder? Guck mal, was ist das hier, Bruder? Junge, willst du mir sagen, dass das ein Mini ist? Nein. Mini hatten wir hier. Mini hatten wir hier. Biggi auch nicht. Was ist das? Wie mal zu big ist das? Gibt es Ärzte? Was ist aus wie ein Arzt? Was? Wo siehst du da einen Arzt? Das ist diese, was du so... Wie heißt die? Wie heißt die, Bro? Diese Heilung, wo du springen kannst. Das ist doch die Heilung, Bro. Ich weiß welche, aber ich weiß den Namen nicht. Okay, er weiß, was es ist. Wir lassen es natürlich gelten. Es ist diese... Ich weiß selber nicht, wie es heißt. Ja, genau, diese... Okay, Bräckis. Was ist das? Das ist eine AR, eine Scar. Das hier. Sagst du Scar? Wenn das keine Scar ist, dann bist du... Falsch. Willst du eine taktische Shotgun sagen, oder was? Was ist das? Ja, es ist eine taktische Shotgun. Es ist eine Shotgun. Dann sieht das ja eher aus wie eine Shotgun da unten. Aber das ist... Was ist das? Ich hoffe... Ich hoffe, eine Scar, Digga. Ja, das ist eine AR, die Scar. Guck mal, das links sieht aus... Gut, Bräckis. Das heißt, du hast eins, zwei, drei, vier Items. Und ich habe bei dir auch vier Items, weil du nicht mehr gemalt hast. Danke dafür erstmal. Kein Problem. Wir haben einen Slot einfach verschenkt. Aber eine Frage, ne? Ja, ja. Medaillon... Wenn ich Medaillon habe, ne? Ja. Kriege ich auch die Waffe-Pony? Nur Medaillon. Okay, Medaillon. Let's go. Okay, Freunde. Dann gehen wir rein in die Battle Royale-Runde. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Let's go. Schwört, dass du jetzt bereit bist um dein Leben. Ich bin bereit, habe ich gesagt. Warum machst du aber jetzt YouTube-Stimme, wenn wir gar nicht aufnehmen? Ich wusste, dass du nicht aufnimmst. Okay, Freunde. Somit geht in die Challenge los, meine Damen und Herren. Und zwar landen wir in Snotty Steps, weil Brexit das wollte, weil es hier ein Medaillon gibt. Und ich habe gesagt, okay. Hier landet aber keiner außer uns. Was sagst du dazu? Das finde ich schon mal sehr, sehr gut, weil dann kann ich entspannt Waffen suchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich habe eine grüne Pumpgun. Ich habe eine Skar, let's go. Ich habe eine grüne Pumpgun. Ich habe eine grüne Pumpgun. Und eine Pistole. Uh, ich habe es schon. Du musst dir überlegen. 50 Prozent meiner Waffen. Du nicht. Aber Biggie, so darf ich nicht. Nein, 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 nein. Warte mal. Ich habe nur Mini. Wo ist mein Mini? Nein, ich benutze zwei Minis. Das ist übel unfair. Nein. Hä? Was ist das? Junge, ich darf keine Blue Shield benutzen. Bro, du hast auf einmal Regelungen geschrieben. Ich hätte dir übelst die Scheißwaffen gegeben. Du hast übelst die guten Waffen bekommen. Ja, muck mal nicht, Digga. Ich habe eine grüne Pistole für dich. Willst du die? Ich habe eine. Bist du schon oben? Brauchst du Hilfe? Ich klatsch schon die. Wo ist ein Griffin? Oh, Griffin ist bei mir. Er macht Cha-Cha-Cha. Schieß doch auf ihn. Darf ich nachladen? Ich glaube, wir sterben. Griffin, tschüss. Schieß. Sehr schön. Oh, er hat eine goldene Pumpkin. Pumpit, Pumpit. Komm, wir gehen in den Keller. Wir müssen noch ein bisschen als Team arbeiten, obwohl du mich gehandicapt hast, sage ich dir ehrlich. Ich bin nicht gehandicapt. Doch, ich darf nur ein Mini nehmen. In der ganzen Runde durfte ich jetzt diesen einen Mini nur nehmen. Ja, danke dafür, Digga. Wirklich, Kuss, Braxis, Digga. Kein Problem, ja. Mit dir zu spielen macht mir echt am liebsten Spaß, du kleiner Endreser. Lass jetzt gerne ein Abo oder ein Like da für Braxis, Digga. Hier wird sein Mini, darfst du aber nicht. Guck mal, ich darf von hier gar nichts nehmen, Digga. Oh, MP. Ach, Digga. Er darf sich hier alles nehmen. Aber Sniper darfst du nicht nehmen. Wir nehmen, das haben wir schon drauf, und schallgedämpfte Pistol, Bro. Ich habe die heftigste Pistol gebaut, die skippt, Bro. Ich sage dir. Hier nehmen wir das Visier und auch das große Magazin. Okay, bist du ready? Ich bin ready. Lass mich nur einmal kurz hier und wir gewinnen die Runde jetzt. Das war echt eine Ansage, Bruder. Ich gehe schon mal hoch. Okay, warte mal. Jetzt habe ich aber nochmal neue Minis gedroppt. Darf ich die davon jetzt eins wieder nehmen? Nein. Das sind aber neue Minis. Ja, aber das ist doch nur ein Mini, darfst du. Ja, bist du ein Ehrenloser. Hier kommt einer. Hier ist einer. Hier ist einer, Bro. Pass auf. Wo? Er ist Seilbein hochgekommen. Seilbein? Okay, komm, wir gehen. Komm. In die Zone. Abfahrt. Ich brauche noch eine bessere Waffe. Wir haben aber schon eine gute Dings. Eine gute Pumpgun, Leute. Einfach die von Peter Griffin, Boss. So, komm, 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 komm. Ja, steig ein, steig ein, steig ein. Okay, ich bin echt mal gespannt, ob wir weiterkommen als im letzten Video, meine Damen und Herren. Und jetzt wird erstmal die Tone rasiert. Bruder, sing mir jetzt Lead Breaks. Okay. Sing. Äh. Das Heftigste. Das ist die Paul Berger Limo. Hörst du, wie sie zürzt? Aber warum machst du jetzt Werbung für iCrimings? Weil ich Paul Berger Limo liebe. Kannst du anderes Lied singen vielleicht, du Irreloser? Okay, okay. Lass die Affen aus dem Zoo. Bup, 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 bup. Lass die Affen aus dem Zoo. Wo? Lass aussteigen, sonst ziehen sie unser Auto. Okay. Auf den Dächern verteilen wir uns. Ja, aber ich habe nur Nahkampfwaffen, Bruder. Ja, das ist dein Problem am Ende. Du kleiner Hund, Digga. Guck mal, du bist wie Nahkampf, ich bin für Fernkampf. Die sind locker im Tresor, Bro. Denkst du? Ja, ja, ja. Okay, okay, ich komme, ich komme, ich komme. Ich weiß es nicht. Die haben die Meda-Lü, Meda-Lü. Meda-Lü, Meda-Lü. Die sind im Tresor. Die haben echt Meda-Lü. Ja, die sind im Tresor. Agent 007. Okay, pscht, pscht, pscht. Agent 00. Wo geht's hier runter? Wo geht's hier runter? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Red nicht so laut. Die schießen. Freunde, wir müssen da rein, wir müssen da rein. Wo, wo, Junge, wo? Hier wurde diese Dreiecks gebaut. Guck, da sind Steps, da sind Steps, da sind Steps. Ich sehe die nicht. Hier sind Steps, Bro. Ich sehe die immer noch nicht. Hier, hier, der ist doch hier drin. Komm, mach du weiter. Mach weiter, schieß unten weiter. Hinter mir. Abi. Ich bin da, ich bin da. Ich bin fast tot. Hinter uns. Bro, er ist übel schlecht. Oh mein Gott, ich habe kassiert. Bro, bei mir bitte. Hol ihn. Er ist übel schlecht. Okay, nice. Junge, ich habe ihm so OP-Waffen gegeben. Ich bin voll der Gümel. Hinter uns. Ich wurde gesniped. Da, Bruder, da, bitte. Hol mich irgendwie, hol mich. Oh Gott. Die schießen auf, die schießen auf. Okay, warte, 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 warte. Wir müssen irgendwie runter. Wir müssen irgendwie weg hier. Ist das dein Dings, ja, ne? Ja. Das ist meine. Okay. Und jetzt da hinten ist es auch noch. Da unten, guck mal. Egal, egal. Er guckt. Er rennt weg, er rennt weg. Ich schaff das nicht. Bruder, wir müssen aber weg. Ich bin low life, Digger. Diese Challenge mache ich nie wieder mit dir. Nein, ich darf nicht. Ich darf nicht. Darfst du nicht? Nein, weil du ehrenlos gemacht hast. Ich bin auch low. Wollen wir abhauen? Ja, wie? Komm, komm mit. Fatou, ich bin bester Editor. Oh mein Gott. Ja, nice, wichtig. Wichtig und richtig. Wir benutzen. Mach, gedrückt halten, gedrückt halten. Ja, ja. Wichtig und richtig, Digger. Da habe ich einmal was Gutes gezeichnet, Digger. Mach mal den Sound dazu. Ich aber nicht. Na und? Spaß. So hässlich, Digger. Mach das Screen live nicht voll. Nein, ehrenlos. Okay, tamam. Die kommen, die kommen. Spring weg, spring weg, spring weg. Ich bin weg. Wo bist du? Komm hier hoch. Unter dir. Nein, mein Akkustand ist niedrig. Von meiner Maus. Wir müssen hier raus, komm. Digger, wenn jetzt Akku leer geht, ich heule, wirklich. Leute. Das ist ein Sapphorn, er ist auch abgehauen. Intense Runde gerade. AMG. Wir tun so, als ob wir wegfahren, okay? Komm, wir gehen jetzt von hinten rein und hopsen die, okay? Okay, komm. Sind die da oben? Was hat er da gebaut? Ich glaube, die waren da oben. Der hat mich gesniped. Ich höre doch jemanden schießen. Steigern. Junge, wie fährst du? Wo hast du Führersteigern gemacht? Pst, 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 pst. Ich habe gekauft. In Türkei. Das merkt man überhaupt nicht. Auf Beläsch-Basis. Herr Bruder, dieses G-Wagen, bro, 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 vertrau mir. Vertraust du mir einmal? Da, guck mal, da sind die. Da, 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 ich schieße. Geh. Fahrt gefallen daher. Ich habe ihn getroffen. Oh mein Gott. Polizei 110. Polizei. Polizei, bleiben Sie stehen. Sie sind verhaftet wegen... Sie sind zu hässlich. Schieß sie ab, baller sie ab, baller sie ab, baller ihn ab. Das ist, glaube ich, nur einer. Warum schießt dein Mate nicht? Baller ihn ab. Jetzt. Wie viele haben wir das? Ich habe ihn, habe ihn, habe ihn. Sehr schön. Bro, er hat wieder diese... Dings. Trink das, nimm das mit. Kann ich ja nicht. Nimmst du mit. Nimmst du mit, nimmst du mit. Hinter uns wird geschossen. Komm, lass abholen. Schnell, 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 schnell. Wir müssen weg. Junge, was sind wir mit Polizisten? Wir sind übelst die Polizisten. Ich sag ehrlich, ne? Wo ist das Auto? Hier. Vor uns wird geschossen, lass die holen. Steck ein. Steck ein. Warte, warte, warte. Komm rein. Komm rein. Wichtig. Wichtig, Bruder. Sehr gut. Richtig und richtig, Digga. Wichtig und richtig. Wir sind wieder voll live, meine Damen und Herren. Junge, wie? Da sind die. Guck mal, da unten. Da sind die. Da sind die von dir. Da unten. Ja, ja. Geh, 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 geh. Polizei 110. Sie sind verhaftet. Sie sind verhaftet. Weiter, 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 weiter. Lass mir den, lass mir den, lass mir den. Okay, mach, hol ihn. Ich hol den anderen. Nice. Hast du ihn? Hier, hier, vor mir, vor mir. Wo? Hab ihn. Nice, sehr schön. Da ist noch einer. Wo? Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich mache mir eine Pistole. Links ist noch einer. Links ist noch einer. Vorsicht. Einer sniped. Einer sniped. Der Sniper. Hab ihn, hab ihn. Sehr schön. Oh mein Gott, du bist der Beste. Oh mein Gott, ich bin Pistol-Profi. Digga, was passiert dir, Bruder? Nicht nur, weil die Bots sind, aber die sind noch Bots auch ein bisschen. Aber egal. Wo schießen die? Wo schießen die? Mach mal zu hinter uns. Wo schießen die, wo schießen die? Genau geradeaus von uns, da. Ich hab eine Barriere zwischen uns gemacht. Hast du AR-Muni vielleicht? Ich hab AR-Muni für dich. Hier. Weil die brauchst du ja eh nicht. Ich sehe ihn da oben, Bro. Ich sehe ihn da oben. Markier. Genau da. Hab ihn, Hit. Zwei Hits, 41er. Oh, er sniped. Noch ein Hit, 21er, nochmal. Bruder, das ist... Ein, 21er, der ist white, der ist white, der ist white. Bro, immer wenn ich so ziehe, der zieht so rüber. Komisch. Würdest du mich hacken? Ah, hätte. Ich hab, hallo, ich hacke nicht. Wirklich. Der ist dahinter, ich sehe den immer noch. Wo, wo? Der ist oben auf dem Dings, der springt jetzt runter, glaube ich, nach rechts. Links müssen wir aufpassen, Bro. Safe. Sollen wir mit Auto reinfahren? Traust du dich? Komm. Ich trau mich, komm. Wir gehen rein. Keiner, keiner kann uns auf uns mit Auto. Wir gehen rein, wir gehen rein. Hier, hier, hier. Unser G-Waggon. Arme aus dem Fenster. Beine in die Hälfte. In die Hälfte. Wir haben zwei Hüften. Fahr geradeaus, ich sag dir, wo der war. Okay. Bruder, er ist hier nicht mehr. Der ist hier, der ist hier. Der ist hier. Doch, ich höre seine Steps. Er ist hier. Wo ist er? Er ist genau hier. Hier, hier, hier. Unten oder oben? Unten muss er sein. Warte, ich mach hier auf. Irgendwo hier ist er. Vorsicht, Vorsicht. Geh mal weg. Komm mal hier runter. Ja. Vorsicht, Bruder. Wir können hier easy abgesnipet werden. Okay, Freunde, intensive Nummer. Ich bin sehr, sehr, sehr geladen gerade. Der ist hier. Siehst du? Schüsse? Ich habe auch wie ein Profi geparkt, Bruder. Oh, da ist bei mir hier einer. Da hinten. Da hinten nicht sehen. 22er. Unten links noch. Der hat gut passiert. Einer fast down. Sehr schön, sehr schön. Finish. Ich gehe auf Finish. Ich bin auf Finish. Ich gehe jetzt zu dem anderen hier. Ich komme mit, ich komme mit, ich komme mit. Wo ist er? Im Busch? Der ist hier reingegangen. Hier. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Unter uns, unter uns. Hier drin, hier drin, hier drin. Ja, der ist da. Muss einfach rauskommen. Ich mach's gut einfach viel. Tschüss. Sehr schön. Er ist im Busch. Er ist im Busch. Bro, ich habe ihn fast. Ich habe ihn tot. Sehr schön. Aber hier war noch mehr, Leute. Hier war noch mehr, hier war noch mehr. Komm her, komm her, komm her. Bro, komm her. Zu mir, zu mir im Busch. Komm rein. Sehr schön. Wichtig, 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 wichtig. Mach uns voll, mach uns voll. Okay, 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 Leute. Das ist eine intense Runde. Zone kommt auch gleich, Bruder. Wir haben hier ein gleich neues Fahrzeug. Er ist im Auto, er ist im Auto. Er hat sich im Auto versteckt. Dieser Esel. 177er. Er ist One-Shot, Bruder. Geh von allen Seiten, Spree von allen Seiten. Er ist oben, er ist oben. Ne, wo ist er? Geh doch von der anderen Seite. Ich bin doch von der anderen Seite. Aber wie kann er zumachen? Ich bin 5 HP, Bruder. Hab ihn, let's go. Ich bin 5 HP. Wie kann das sein? Ich bin 5 HP, Bruder. Wir brauchen Dinger, komm, komm. Steig ein. Oh mein Gott, intense. Oder weiß ich nicht, der hat das gehabt. Der hat sich das gekauft. Wir parken geradeaus, hier müssten auch diese Eimer sein. Warte, hier gleich. Hier? Ja, hier, glaube ich. Da wurde gelootet. Ja, wir sind weg. Wir brauchen Slurpees. Und wir haben mit so richtig komisch gemalten Loots, Digga. Realt ist Automat. Realt ist Automat. Stimmt. Medikautomat. Okay, wir müssen hier parken, Bruder. Wir müssen direkt wieder hier. Warte, ich muss dir helfen, komm mit. Komm mit, komm mit. Hier ist Automat hinten. Hier ist eine grüne Waffe, äh, blaue Waffe. Hier ist Automat bei mir. Komm, stell. Ja, ich bin da. Halt dich hier. Ich bin da. Die schießen. Hier, hier. Ich mach zu. Ich heil mich. Ich bin full. Ah, ich bin noch nicht full. Mach full, mach full. Ich bin full, ich bin full. Okay, sehr schön. Mach dich voll. Hast du noch diesen Slurp? Aber die schießen hier rechts, hier rechts. Ja, ja, ja. Die sind hier, die sind hier. Close, close, close. Markier, markier. Bro, hier sind übel viele, Bro. Hab einen. Da ist noch einer, da ist noch einer. Hier bei mir. Hab ihn. Sehr schön. Hier oben. Pass auf, der hat den Pump. Hab ihn. Oh mein Gott, du bist der Beste. Darfst du Minis? Haben die Minis? Du darfst Minis. Ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Ach so. Ach, ich darf ja nur einen, den hab ich schon benutzt, aber anfangen, du Otto. Wo ist noch einer? Hinter uns, hinter uns, hinter uns, im Gewisch, chillt einer, im Gewisch. Find ich ihn, ich hab keine Muni. Hab ihn tot? Nur noch, nur noch acht Leute. Okay, hier, 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 Muni. 500, Bruder, 500 Schuss. Sehr gut, alles nachgeladen, was du hast. Alles nachgeladen. Ich hab alles nachgeladen. Mats, bist du full? Mats, bin ich full, full. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Leute, was geht hier ab? Bruder, was geht hier ab? Freunde, wir werden mit gezeichnete Blut einfach gewinnen, Bruder. Hä? Das kann nicht sein, Bro. Ja gut, wir hatten jetzt auch gute Bots, aber gerade vorhin hatten wir keine Bots, Leute. Ich sag euch ehrlich. Weißt du, was das Krasse ist? Ja? Wir haben uns sogar gegeneinander des Loot gegeben. Ist so, Junge. Und ich geb dir sogar Gottes Loot, Digga. Schüsse vor uns. Ich seh die auf dem Berg. Ja, lass die kommen. Da ist ein Schwitzer, pass auf. Bro, ich kann nichts machen, ne? Hab ihn getroffen? Ich seh, unten läuft einer. Die haben Bots, die kämpfen mit Bots. Sollen wir rein, 007? Nein, nein, nein. Polizei? Nein, 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 nein. Bot, du bist nicht blue. Die snipen, die snipen. Das Problem ist, du bist nicht blue. Ja, ich weiß. Wir stehen gut, die müssen kommen, nicht wir. Du hast recht, du hast recht. Da, da, wo ich gerade schieße. Ja, ich seh die nicht mehr. Ja, doch jetzt. Die müssen, die müssen. Die müssen kommen. Ich treff nix, Digga. Lass die abfangen, lass die abfangen. Komm, 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 komm. Ey, von rechts kommt auch Medaillon. Medaillon von rechts, pass auf. Du musst aufpassen. Es macht keinen Sinn, die zu pushen. Rechts kommt Medaillon. Er ist oben, links, links ist er. Ja, ja, ja. Sind schon oben, sie sind schon oben. Lass ihn noch ein bisschen zumachen. Da ist ihr Bot. Lass den Bot killen. Pass auf, hinter dir. Medaillon ist von links. Die haben beide ein Medaillon. Habt ihr ihren Bot gekillt? Wo schießt du hin? Da, 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 da. Ey, chill, da. Er aimt auf mich. Er ist 41 wide. Oh, ich wurde getroffen von rechts. 41 wide, Bro. Wir müssen aufpassen. Nicht einmischen, ich wurde getroffen von rechts. Chill jetzt. Bro, die sind schlecht links. Ja, aber guck mal, die aimen auf dich, die aimen auf dich. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Die aimen auf dich. Ach, da. Nein, er hat mich gedingst. Ich hol dich. Ja, wichtig, wichtig, Bro. Die gehen beide auf uns. Warum gehen die denn auf uns, Jungs? Er kommt, er kommt. Ja, er ist schon da, er ist über uns. Er ist über uns. Er hat mich knocked direkt. Geh nicht close, oder? Er ist rechts, er ist rechts unter dir. Nein. Link. Alle gingen auf uns. Wieso gehen die denn auf uns? Die sind alle nur auf uns gegangen, Bro. Das kannst du keinem erzählen, Digga. Oh mein Gott, was eine Runde, meine Damen und Herren. Wir sind geworden Platz drei, Bruder. Oh mein Gott. Aber ich habe noch eine Bitte. Ja. Wenn die Leute Bock haben, einmal mitzuspielen, dass wir zu viert Loot malen und wir das von den Zuschauern erraten müssen. Das wäre wild. Dann schreibt jetzt euren Epic-Namen rein und einen kreativen Kommentar, warum Odoman euch nehmen soll. So sieht es aus, Freunde. Deswegen würde ich mal sagen, wie gesagt, Freunde, macht das, was Brax gesagt hat. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video, Freunde. Checkt meinen besten Freund. Brax ist ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei O-Ride. Peace. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei O-Ride.